Liebe Leute, wie ihr hören könnt, bin ich heftig angeschlagen und nein, es ist nicht das, dessen Namen wir echt nicht mehr hören können. Ich hab Halsschmerzen und meine Stimme hat einfach manchmal Streit mit mir. Aber meine Lache tut weh. Aua. Einige in meiner Familie sagen, Olivenöl sei so das Heilmittel für alles. Oder was ich auch mal gehört hab im Umkreis, man soll einfach einen Teelöffel puren Pfeffer essen. Junge, soll ich abkratzen oder was ist hier los? Aber wie sagt man so schön, Mama knows best. Und zwar hat irgendeine Mutter, sondern meine Moi. Oh Gott, für den Ausdruck Moi höre ich sie jetzt schon im Hintergrund schreien. Ein paar Shots. Ja, tut mir leid, Mama. Den Tipp kennen bestimmt einige von euch, viele wiederum aber auch nicht, was sehr überraschend ist. Bei Halsschmerzen Salzwasser gurgeln. Also du kippst schon eine ordentliche Menge da rein. Ich hab zwei Teelöffel reingeballert und bin ein bisschen abgekackt. Kennst du das, wenn du salzigen Lachs isst? Das ist gerade das 40-fache davon. Aber es hilft, direkt nach ein paar Stunden. Wenn ihr weitere Baba-Gesundheitstipps habt, dann gerne her damit. Ich küsse eure Herzen.